Damit das der beste Sommer unseres Lebens wird, haben wir eine gigantische Wasserrutsche von unserem Hausdach runter bis in unseren Garten gebaut. Wie wir das gemacht haben, seht ihr jetzt in der dritten Folge unserer Serie Das Hausprojekt. Ich habe mir als Kind immer gedacht, dass es mega nice wäre, wenn man so ein Dach einfach runterrutschen könnte. Ich finde es schon eine sehr naheliegende Idee. Deswegen bauen wir jetzt eine Wasserrutsche von ganz oben vom Dach bis hier nach unten. Am Ende kommt dann eine Sprungschanze bis ins Wasser rein. Und das Ganze wird so breit, dass da hoffentlich mehrere Leute nebeneinander rutschen können. Ich würde sagen, wir überlegen uns jetzt, wie wir das bauen. Wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze aus Holz bauen. Also einfach Balken und dann Bretter drauf und dann eine Teichfolie. Und dann können wir auf der Folie rutschen. Wir haben uns jetzt hier eine Einkaufsliste gemacht, dass wir nichts vergessen. Wir gehen jetzt in den Baumarkt. Daniel, was machst du da? Wir machen Stabilitätstest. Ich gucke, ob die Platten brechen. Wir testen das jetzt mal echt echt. Also so, wie es sein wird. Die Dinger halten auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt 30 von den bisschen schmaleren Balken und 15 von denen. Hinter mir wird ja die Rutsche aufgebaut. Jetzt noch nicht. Die Jungs holen gerade die Sachen. In der Zeit wollen wir hier alles sauber machen und auch den Boden eben machen. Und da würde ich einfach mal sagen, okay, let's go. Baby, baby. Wir starten jetzt und machen hier zusammen den Kies weg. So, wir holen jetzt noch die USB-Platte. Darf ich fragen, was das alles hier ist? Wir bauen eine Wasserrutsche vom Dach runter bis in den Garten und dann kommt da eine Schanze in den Kuh rein. Okay. Wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf. Wir haben echt so viele Sachen eingekauft. Ich würde sagen, jetzt können wir starten mit der Rutsche. Wir gehen jetzt aufs Dach und suchen nach stabilen Befestigungspunkten. Und damit das Ganze sicher ist, ziehe ich mir einen Klettergurt an. Let's go. Los geht's. Die Rutsche wird ungefähr vier Meter breit. Die messe ich jetzt vom Dachrand aus. An der Stelle nehmen wir den Dachziegel runter und suchen nach einem Dachbalken. Daran werden wir dann die Wasserrutsche befestigen. Ja man, hier ist ein Balken direkt. Das ist perfekt. Dieses Seil mache ich hier oben am Dach fest. Das benutzen wir als Richtlinie, damit wir genau wissen, wo wir die Stützpfeiler für die Wasserrutsche montieren müssen. Wir haben jetzt zwei Balkenträger, die eigentlich zum Einbetonieren sind, zusammengeschweißt. Die eine Seite wird jetzt auf den Dachbalken montiert und auf die andere Seite kommt die Wasserrutsche. Die Halter sind jetzt alle fertig draufgesteckt. Wir gehen jetzt runter in den Dachboden und schrauben die alle fest in den Balken. Bombenfest. Wir verschrauben jetzt den ersten Balken von der Wasserrutsche. Hey Daniel, wenn ein Passant hier vorbeikommt, was glaubst du, was er denkt, was wir hier oben auf dem Dach machen? Wir reparieren das Dach. Nach einem harten Tag Arbeit haben wir einen Zirkus aufgemacht. Gestern sind wir schon richtig weit gekommen. Heute bauen wir die Rampe fertig. Bevor es mit der gigantischen Holzkonstruktion weitergehen konnte, mussten wir den Boden ebenerdig machen. Dafür haben wir uns einen Bagger besorgt. Los geht's! Das ist die Ausrichtungsschnur, Cookie. Die Fläche ist jetzt soweit planiert. Wir legen jetzt ein Vlies aus, damit kein Unkraut mehr hochwachsen kann und mulchen dann da drauf. Und dann sieht es richtig fresh aus. Ja, 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 toll machst du das. Sehr gut. Guck, ob ich gerne Cookie die Arbeit macht. Der liebt es. Jetzt in den gelben Sack, Cookie. Nein, falsche Richtung. Der liebt diese Plane. Ist das so richtig eigentlich? Ja, so funktioniert eine Schubkarre. Ey Daniel, du musst ihm, glaube ich, nochmal erklären, wie eine Schubkarre funktioniert. Ja, der hat das auch super. Echt? Ja. Ui, dann musst du mir vielleicht erklären, wie eine Schubkarre funktioniert. Während unten fleißig gemulcht wurde, haben wir auf dem Dach angefangen, die Querbalken zu befestigen. Wir bauen hier gerade ein Riesengrößte in unserem Garten auf. Es ist total witzig, mit anzusehen, wie die Nachbarn drüben. Mal gucken. Ich frage mich echt, was die denken, was wir hier gerade treiben. Es ist soweit. Hier oben kommt jetzt die erste USB-Platte dran. Wir haben hier jetzt noch 86. Wir haben hier ein riesiges Loch gegraben. Weil wir eine Wasserrutsche mit Sprungschanze bauen und die das Problem hat, dass sich im tiefsten Punkt der Schanze sich immer das Wasser sammelt. Dieses Problem lösen wir, indem wir das Wasser in ein Becken ableiten, das wir hier reinbauen. Und von hier aus pumpt eine Pumpe das Wasser wieder hoch. Wir bauen jetzt hier unten endlich die Sprungschanze. Das wird richtig geil. Damit die Kurve gut wird, zeichnen wir die jetzt einmal hier an und bauen uns dafür einen riesigen Zirkel. Wir machen den Zirkel mit einem Seil, was wir irgendwo oben aufhängen. Das war jetzt gar nicht so einfach rauszubinden, wie hoch dieser Punkt hier sein muss. Wir haben das jetzt ausgerechnet und angeblich sind es 6,36 Meter. Also wir brauchen jetzt einen ziemlich langen Balken. Alter, Johannes, das ist ein gigantischer Zirkel. Ey, 6 Meter sehen schon hoch aus. Ich zeichne jetzt hier mal die Höhe an und dann bauen wir hinten die Balken genau auf die Höhe. Dann sollte es eine schöne Kurve werden. Ich habe mega Bock zu rutschen. Wir haben unten zwar noch kein Wasser, aber ich fremse mit dem Schuh, das sollte schon passen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, meine Höhe. Das ist ein Loch. Ja. 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 Ach du Scheiße. Durchgescheuert. Damit wir nicht immer komplett nass durchs Haus rennen müssen und hier aufs Dach klettern, bauen wir jetzt seitlich an der Rutsche eine Treppe hin. Das Geländer für die Treppe muss natürlich gerade sein und dafür spannen wir von oben bis nach unten eine Maurerschuhe. Janett schaltet jetzt die Treppenstufen zurecht und ich montiere die. Wir konnten gerade eben nicht mehr weiter bauen, weil wir viel zu wenig Holz eingekauft haben für die Wasserrutsche. Deswegen waren wir noch mal im Hornbach einkaufen. Neue Holzlieferung. Wir bauen hier oben eine riesige Plattform, damit wir mit richtig vielen Leuten hier runterrutschen können. Irgendwas ist hier falsch in diesem Bild. Die Plattform ist jetzt fertig, wir sehen uns morgen wieder. Was ist das denn hier für ein Seil? Das ist fürs Geländer. Ey, ich lehne mich da nicht an an dem Geländer. Das ist auch dafür da, dass du da Abstand hältst. Ja, da ist das perfekte Geländer tatsächlich. Daniel macht jetzt das Geländer mal rein und schauen, ob das passt. Nice. Wenn man keinen Bleistift hat, das ist die Messer-Anweis-Technik. Die Balken haben jetzt alle die richtige Länge. Wir stellen die jetzt hier hoch und dann sollten wir diese Kurve hier hinkriegen. Also wir brauchen jetzt hier 15 mal 3,20 Meter lange Querbalken, da kommen dann die Platten drauf für die Rampe. Wow, die fällt! Ich frage mich, warum die so was nicht in der Schule beibringen. Rutsche bauen. Das ist total sinnvoll. Julius, wenn du dir die Rampe jetzt schon so anschaust, meinst du, wie hoch wird man fliegen? Können wir mal kurz gucken gehen. Man startet von zwei Metern und ich hoffe natürlich, dass man im Baum landet. Und im Worst Case landet man bei den Nachbarn. Hier unten für die Rampe haben wir jetzt die bisschen dünneren Platten, die kann man ganz gut biegen. Wir schrauben die jetzt drauf und dann sollte die Rampe schon fast fertig sein. Weißt du, wir haben extra eine Treppe gebaut. Die Splitter zieh ich dir nicht aus dem Po. Wir hatten hier gerade eine harte Diskussion, ob man am Ende im Baum landet oder ob man nicht weit genug kommt. Deswegen lassen wir jetzt den Ball runterrollen und hoffen, dass wir so ein bisschen sehen, wie man ungefähr fliegen könnte. Das fliegt schon echt weit und ich glaube, man rutscht schneller als das Longboard fährt. Safe. Mit Wasser und Folie? Du fliegst so weit. Seid ihr so weit? Johannes, hast du Schiss oder warum hast du hier so ein Schutzschild gebaut? Ja, ich habe hier so ein Schutzschild gemacht, damit ich nicht vom Reifen zermatsch wäre. Der ist stabil geflogen, genauso werde ich auch fliegen. Es wird doch schon eher eng mit dem Pool. Wenn man jetzt ein Reifen ist, zumindest. Wenn ihr sehen wollt, ob wir über den Poolrand fliegen, dann vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Reifen ist eben einfach viel zu weit geflogen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das Ende noch ein kleines bisschen steiler nach oben machen. Dann fliegt man ein bisschen höher, aber dafür nicht so weit. In der nächsten Folge zeigen wir euch, wie wir die Teichfolie auf die Rutsche kleben und den gigantischen Pool aufbauen. Außerdem laden wir unsere Freunde zur Poolparty ein und machen den allerersten Rutschtest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.